Meine Damen und Herren, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Heute wollen wir uns über ein Thema der Männergesundheit unterhalten, nämlich über die gutartige Prostatavergrößerung. Die gutartige Prostatavergrößerung ereilt nahezu jeden Mann und ein Drittel bis die Hälfte aller Männer über 50 bekommen Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Die Symptome, die den Patienten dann zum Urologen bringen, sind in der Regel entweder Speicherprobleme, das heißt, die Blase kann nicht vollständig gefüllt werden, der Patient hat eine Drangsymptomatik oder er muss häufig Wasser lassen oder es sind Entleerungsprobleme wie der typische abgeschwächte Harnstrahl oder die unvollständige Blasenentleerung, die der Patient unter Umständen auch als Restharngefühl bemerkt. Die Symptome können einzeln oder eben auch in Kombination miteinander auftreten. Eine große Prostata zu haben, muss nicht unbedingt gleichbedeutend sein mit dem Entwickeln von Beschwerden. Umgekehrt kann auch eine kleine Prostata durchaus Beschwerden machen. Die meisten Männer im Alter über 50 haben tatsächlich eine vergrößerte Prostata. Viele von diesen Männern haben dann typische Beschwerden, die auf die Vergrößerung der Prostata hinweisen. Die können wir mit einem internationalen Prostata-Symptomenscore, also einem Fragebogen, erfassen. Und wir werden dann herausbekommen, welche Form der Beschwerden dominiert. Die Irritativen, also die Speicherprobleme oder die Obstruktiven, also die Entleerungsprobleme. Entsprechend der Symptomatik, die sich auch überschneiden kann, müssen wir diese Patienten dann behandeln. Also hier habe ich Ihnen exemplarisch eine Grafik aufgeführt. Der Grafik können Sie entnehmen, dass etwa die Hälfte der Männer über 50 Jahre eine Prostatavergrößerung entwickelt. Je älter wir werden, desto größer wird die Prostata. Aber nicht jeder Mann hat damit behandlungsbedürftige Beschwerden. Die behandlungsbedürftigen Beschwerden, das sind die roten Balken, das ereilt etwa ein Drittel bis 40 Prozent der Patienten. Wenn wir therapieren, muss man sich natürlich überlegen, was gibt es für Möglichkeiten. Und wir setzen nicht jede Möglichkeit bei jedem Patienten ein. Entscheidend für unsere Therapiewahl ist der Leidensdruck des Patienten und das bereits erreichte Stadium der Beschwerden, beziehungsweise das Risiko, dass wir abschätzen, dass so eine Erkrankung im weiteren Verlauf fortschreitet. Danach können wir dann unsere Therapieverfahren wählen. Die einfachste Therapie, die wir haben, ist gar keine Therapie. Nicht jeden Mann mit Beschwerden muss man behandeln. Die einfachste Form, die wir als Therapie haben, ist das Nichtstun. Wir verlangen den Männern dann aber ab, dass sie vielleicht in der zweiten Tageshälfte ihre Flüssigkeitsaufnahme einschränken oder dass sie bewusst üben, den Urin länger einzuhalten. Wenn die Beschwerden zunehmen, haben wir Möglichkeiten, medikamentös zu behandeln. Die einfachste Form der medikamentösen Therapie ist die Phytotherapie, das heißt die Behandlung mit Pflanzeninhaltsstoffen. Hier wäre typischerweise der Sägepalmextrakt zu nennen oder der Arzneimittelkürbis in Form von Kernen oder von Kernöl. Das sind sehr wirksame Präparate, die durchaus die Beschwerden lindern können. Weitere Therapiemöglichkeiten, die wir haben, sind die Behandlung mit Medikamenten, die entweder den Blasenauslass entspannen und das Wasserlassen erleichtern. Diese Medikamente wirken sehr schnell und sehr effektiv. Sie können aber die Vergrößerung oder die weitere Vergrößerung der Prostata nicht aufhalten. Dafür gibt es wiederum andere Medikamente, die in den Hormonhaushalt eingreifen. Wir gehen davon aus, dass das Testosteron und das Östrogen eine Rolle spielen bei der Prostatavergrößerung und wenn man in die Verstoffwechselung dieser Hormone eingreift, kann man die Prostata zum Schrumpfen bringen. Auch dafür haben wir Medikamente, die sind dann allerdings auch schon nebenwirkungsreicher. Die Medikamente, die ich Ihnen bis jetzt vorgestellt habe, greifen in die Entleerungsprobleme ein. Das heißt, sie sollen im Wesentlichen den Harnstrahl verbessern. Auf der anderen Seite, hatte ich Ihnen vorhin gesagt, gibt es auch die Speicherprobleme, wie beispielsweise den Drang oder das häufige Wasserlassen. Auch hier haben wir Medikamente, die diese Symptome unterdrücken können. Wenn die konservative oder medikamentöse Therapie nicht mehr ausreichend wirksam ist, dann kommen wir zu den operativen Verfahren. Für die operativen Verfahren ist es wichtig zu wissen, wie die Prostata aufgebaut ist. Die Prostata besteht grob aus einer Innenzone, einer Innendrüse, die sich um die Harnröhre oder hinter der Harnröhre entwickelt hat und einer Außenzone. Die Außenzone ist das, was wir heute nicht betrachten. Die Außenzone ist die Hauptstelle, wo sich Prostatakrebse entwickeln. Die gutartige Prostatavergrößerung findet in der Innendrüse der Prostata statt. Die Innendrüse der Prostata kann man operativ verkleinern oder operativ entfernen. Die ersten operativen Verfahren, die hier entwickelt wurden, waren offen operative Verfahren. Hier hat man über einen Bauchschnitt die Blase eröffnet und dann das gutartig um die Prostata herumgewucherte Gewebe entfernt, indem man es mit dem Finger aus der Prostata ausgeschält hat, so wie Sie beispielsweise aus einer Apfelsine das Fruchtfleisch rausholen. Das kann man entweder durch die Blase direkt machen, weil die Blase oberhalb der Prostata sitzt, oder man geht von außen an die Prostata heran, eröffnet die Prostatakapsel, also in dem Bild zu bleiben, die Schale, und holt dann das Fruchtfleisch heraus. Die operativen Verfahren wurden in der Folge weiterentwickelt. So konnte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, in den 20er Jahren, ein Gerät entwickelt werden, mit dem man nicht nur in die Blase hineinschauen konnte, sondern mit Hochfrequenzstrom auch verändertes Gewebe aus der Blase bzw. aus der Prostata herausschneiden konnte. In kleinen Schnipseln wurde dieses Gewebe dann zerkleinert und dann aus der Blase ausgespült. Dieses Verfahren ist auch heute noch der Goldstandard für unsere Therapie. Die Instrumente haben sich weiterentwickelt. Wenn man mit Strom im Gewebe schneidet, besteht ja immer die Gefahr eines Stromschlags bzw. einer Verbrennung. Deswegen ist Kernpunkt der Ausresektion, also der Aushobelung der Prostata gewesen, dass man diese Stromanwendung macht in einer nicht leitenden Flüssigkeit. Das heißt, man hat die Blase mit einer nicht leitenden Flüssigkeit gefüllt und hat dann erst den Strom in der Blase bzw. der Prostata gezündet. Die Flüssigkeit darum hat das Ganze isoliert. Und dann konnte man das Gewebe aus der Prostata herausschneiden, ohne dass der Patient einen Stromschlag bekommt. Ein gefürchtetes Problem bei der Aushobelung der Prostata in einer nicht leitenden Flüssigkeit war immer für den Operateur die Gefahr, die Spülflüssigkeit, also die isolierende Flüssigkeit, in den körpereigenen Kreislauf einzuschwemmen und damit das Blut zu verdünnen. Das macht spezifische, zum Teil lebensbedrohliche Nebenwirkungen. Deswegen wurde das Verfahren weiterentwickelt und heute leiten wir den Strom über das Gerät selber aus dem Patienten ab und können den Patienten mit einer Kochsalzlösung spülen. Die Kochsalzlösung ist von ihrem Salzgehalt identisch wie das Blut, sodass selbst bei Einschwemmen von Flüssigkeit diese Verdünnungseffekte und die lebensbedrohlichen Nebenwirkungen nicht mehr auftreten können. Bei diesem neuen Verfahren in der Kochsalzlösung schneiden wir mit Plasma. Plasma ist ein Gas, dem weiter Energie zugeführt wurde, was zu Ladungen innerhalb des Gases führt, die eine Energieübertragung schlagartig ins Gewebe erlauben und damit einen glatten Schnitt ermöglichen. Wir können diese Technologie als Plattform benutzen, um einfache Engen in der Prostata einfach einzuschneiden, um Gewebe innerhalb der Prostata zu verdampfen oder um Gewebe abzutragen. Als neueste Weiterentwicklung haben wir ein sogenanntes Enukleationsverfahren eingeführt. Das vereinigt die Vorteile der offenen Operation mit denen der Resektion, also der Aushobelung. Wir schieben das gutartig vergrößerte Gewebe von der Unterfläche, von der Kapsel der Prostata ab, verschorfen die dort befindlichen Gefäße und können dann das Gewebestück komplett zerkleinern und aus dem Körper herausbringen. Trotzdem brauchen wir zur Operation Alternativen. Für eine Operation braucht man eine Form von Betäubung, also eine Narkose. Es gibt immer wieder Patienten, die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel wegen Vorerkrankungen, schwerer Vorerkrankungen an der Lunge oder am Herzen, nicht narkosefähig sind. Andere Patienten sind beispielsweise aufgrund eines Herzinfarktes oder der Behandlung eines Herzinfarktes blutverdünnt. Auch diese Patienten brauchen dann eine Alternative zu einem operativen Verfahren. Darüber hinaus hatte ich über Nebenwirkungen gesprochen, wie das Einschwemmen von Spülflüssigkeit bei der Operation in den Kreislauf. Für einen Patienten, der sehr herzschwach ist, ist auch das Einschwemmen geringer Flüssigkeitsmengen in den Körper bereits eine sehr große Herzbelastung. Auch für so einen Patienten brauchen wir dann eine Alternative zur Operation. Die alternativen Verfahren, die wir anbieten können, bieten darüber hinaus den Vorteil, dass wir eine Schließmuskelverletzung ausschließen können. Jede Operation hinterlässt ein Wundfeld. Dieses Wundfeld muss abheilen. Und es heilt immer ab mit einer Narbe. Die Narbe hat die Tendenz zu schrumpfen, sodass nach einer Operation auch die Möglichkeit besteht, dass Engen in der Harnröhre, im Blasenhalsbereich oder im Schließmuskelbereich entstehen können. Auch das wird möglicherweise durch alternative Verfahren umgangen. Bei den operativen Verfahren gibt es insbesondere auch für jüngere Patienten noch zwei Dinge zu beachten. Nach einer Operation der Prostata kann der Samenerguss verloren gehen. Und etwa ein Drittel der Männer berichtet auch über eine nachlassende Gliedsteife, eine nachlassende Erektion. Insbesondere, wenn die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, sind das Nebenwirkungen, die man mit alternativen Verfahren eventuell umgehen kann. Für 90 bis 95 Prozent aller unserer Patienten reichen die medikamentösen und operativen Verfahren, die wir hier im Hause anbieten können, aus. Bis zu 5 Prozent der Patienten können wir alternativ behandeln. Das tun wir in Kooperation mit der Klinik für Radiologie und Interventionelle Radiologie. Hier haben wir seit einigen Jahren die Prostata-Arterien-Embolisation etabliert. Wenn eine Prostata sich im Laufe des Lebens vergrößert, so ist die Vergrößerung der Prostata davon abhängig, dass eine ausreichende Blutzufuhr zur Prostata stattfindet. Nur gut durchblutetes Gewebe kann auch wachsen. Bei der Prostata-Arterien-Embolisation sorgen wir dafür, dass die Blutzufuhr zur Prostata unterbrochen wird oder zumindest deutlich gedrosselt wird. Salopp gesagt, wir sorgen für einen Infarkt in der Prostata. Die Minderdurchblutung in der Prostata führt in der Folge zu einem Absterben und Schrumpfen des Gewebes in der Prostata. Man kann ein Schrumpfen des Prostata-Volumens um etwa ein Viertel bis ein Drittel erwarten. Das ist häufig ausreichend, dass diese Patienten in der Folge vernünftig Wasser lassen können, ohne größere Probleme. Die Dauerhaftigkeit dieses Effektes ist allerdings noch unzureichend untersucht. Es gibt erste Nachuntersuchungen, die zeigen, nach drei bis fünf Jahren funktioniert dieses Verfahren noch sehr gut. Bei den operativen Verfahren, hatte ich Ihnen gezeigt, haben wir bis zu 100 Jahre Erfahrung. Da wissen wir, das funktioniert auch langfristig gut. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie noch nicht abgeschaltet haben. Denn im zweiten Teil erfahren Sie, was die Prostata-Ambulisation überhaupt darstellt, woher das Verfahren kommt, wie wir es hier machen am Franziskushospital. Sie werden etwas erfahren über die Vorteile, aber auch über die Nachteile. Und Sie haben es ja schon gehört, auch über die Langzeitdaten. Und das ist ja ganz wichtig. Was machen wir? Wie schon zuvor eben erwähnt, wir versuchen, die Durchblutung der Prostata zu verschlechtern. Und das Ziel ist einfach, dass die Prostata dann abnimmt. Das kennen wir, wenn man die Kalorien reduziert, wird man schlanker. Funktioniert auch bei der Prostata. Die Therapieformen wurden ja eingangs schon erwähnt. Es gibt zwei große etablierte Blöcke. Zum einen die konservative Therapie, Phytotherapie oder eben auch die medikamentöse Therapie und die operative Therapie. Und irgendwie zwischen diesen zwei etablierten Standardverfahren hat sich die Prostata-Ambulisation etwas dazwischen gemogelt. Weil für bestimmten Patientenstamm sich hierbei um ein gutes alternatives Verfahren handelt. Für welche Patienten ist diese Behandlung besonders geeignet? Zum einen für Patienten, bei denen die medikamentöse Therapie einfach nicht mehr ausreichend wirkt. Bei denen, bei denen die nicht mehr vertragen wird. Auch bei Patienten, die einfach ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben. Oder auch bei Patienten, die einfach einer Operation noch nicht zugeführt werden können. Welche Patienten sind nicht geeignet für diese Form der Behandlung? Zum einen bei Patienten, die über akute Entzündung der Prostata klagen. Bei Patienten mit einem akuten Harnverhalt, weil das Ergebnis der Embulisation erst mit einer Verzögerung von mehreren Wochen einsetzt. Sie können sich vorstellen, wenn man akut kein Wasser lasten kann, dann sind so mehrere Wochen Wartezeit nicht gerade das therapeutische Ergebnis, das man anstreben möchte. Und auch bei Tumoren der Prostata. Die Embulisation ist definitiv nicht geeignet zur Behandlung kleiner oder kleinster Tumoren. Wie geht das Ganze vor sich? Das ist relativ einfach. Man nimmt einen Katheter, führt den über ein Gefäß ein, meistens in der Leiste oder in der Armbeuge. Und führt diesen Katheter bis zur Prostata. Und wenn der Katheter dann in der Nähe der Prostata ist, dann gibt man über diesen Katheter kleine Kügelchen. Wir nennen das sogenannte Partikel. Die gibt es in unterschiedlicher Größe und verstopft damit die zuführenden Gefäße zur Prostata. Und das Ziel ist eben, dass die Durchblutung verschlechtert wird und dass die Prostata schrumpft. Woher kommt das Verfahren? Ursprünglich handelt es sich um eine Notfallbehandlung. Wenn zum Beispiel im Rahmen einer Operation die Patienten eben zu starken Blutungen neigten, dann konnte man eben diese Blutungen behandeln, indem man die Durchblutung der Prostata eben unterbunden hat. Seit ungefähr zehn Jahren wird dieses Verfahren aber auch verwendet als alternatives Verfahren zur Behandlung eben der vergrößerten Prostata. Und ins Leben gerufen wurde es unter anderem von Herrn Karnevalo aus Sao Paulo oder dem Marc Sapovalo aus Paris. Wie machen wir es hier am Franziskushospital? Die Indikationsstellung, und das ist ganz wichtig, erfolgt durch die Kollegen der Urologie. Warum? Weil die einfach den umfassenden Blick für die Patienten haben. Wir fertigen diverse Voruntersuchungen an, unter anderem in der Radiologie eine Computertomographie zur Darstellung der Gefäße und auch eine MRT der Prostata, um zu beurteilen, wie gut die Prostata durchblutet ist und auch um andere Ursachen auszuschließen, die eine Beeinträchtigung beim Wasserlassen eben hervorrufen können. Und erst wenn diese Voruntersuchungen eben durchgeführt wurden und wir zu befriedigenden Ergebnissen gekommen sind, dann wird der eigentliche Kathetereingriff geplant und durchgeführt. So sieht zum Beispiel eine computertomographische Darstellung der Gefäße aus. Wir können uns einen Eindruck damit machen, wie geschwungen die Gefäße verlaufen, wie wir am besten mit dem Katheter vorgehen sollen. Und wir können auch das einzelne Zielgefäß uns schon am 3D-Modell eben herausarbeiten, sodass dann ja der eigentliche Eingriff wesentlich schneller und einfacher vonstatten geht. So sieht ein MRT der Prostata aus. Damit möchten wir einfach nur darstellen, dass die Prostata zentral gut durchblutet ist und wir möchten ausschließen, dass irgendwo sich zum Beispiel ein kleiner Tumor verbirgt, der eben anders behandelt werden muss als mit der PAE. Und wenn diese beiden Untersuchungen eben mit gutem Ergebnis durchgeführt wurden, dann können wir an die eigentliche Behandlung herangehen. Und das ist ganz einfach wie jedes andere Katheterverwandt. Man sucht sich einen Zugang. Hier zum Beispiel sehen Sie die Leiste eines Patienten, der schon voroperiert wurde an der Hüfte. Und dann sind wir schon auf der Gegenseite mit dem Katheter und stellen uns die Gefäße im Becken dar. Und da sehen Sie also spätestens hier, können Sie sich vorstellen, warum wir uns freuen, wenn wir uns vorher schon das Zielgefäß ausgesucht haben, weil im Becken gibt es sehr viele Gefäße. Und wenn man einen Plan hat, dann ist der Eingriff deutlich einfacher. Wenn man dann eben mit dem kleinen Katheter bis zur Prostata gekommen ist, und das sehen wir hier auf dem Bild, wie sich schon die Prostata-Gefäße füllen, dann kann man eben diese Partikel, die ich in Eingangs zeigte, eben geben. Und hier an dieser Stelle sehen Sie zum einen auf der linken Seite ein gut durchblutetes Organ. Nachgabe der Kügelchen ist die Prostata eben von der Durchblutung abgeschnitten. Und wenn es dann auf der einen Seite erfolgreich durchgeführt wurde, die Embolisation, versucht man auf der Gegenseite das auch zu machen, um eben die Durchblutung der Prostata von beiden Seiten, von rechts wie auch von links eben zu unterbinden und damit den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Nach dieser Embolisation am Folgetag oder am zweiten Tag nach dem Eingriff, wird nochmal eine Methiluntersuchung durchgeführt, um einfach darzustellen, wie gut der therapeutische Effekt war und was wir eben erwarten können. Warum wird so viel Aufwand im Vorfeld betrieben? Ja, ganz einfach. Zum einen, die Durchblutung der Prostata ist einem erheblichen Variantenreichtum unterworfen. Es gibt alleine vier verschiedene Haupttypen der Abgänge der Prostata-Arterien. Die machen ungefähr 90 Prozent aller möglichen Varianten aus. Und dann gibt es eben noch zehn weitere Prozent, die manchmal also ganz, ganz schwer zu erahnen sind. Und wenn man im Vorfeld einfach weiß, woher die Arterien kommen, dann ist das Sondieren mit dem Katheter wesentlich einfacher. Hier zum Beispiel ein Beispiel mit einer verschlossenen Beckenarterie. Wenn man schon im Vorfeld weiß, dass das Gefäß verschlossen ist, dann muss man leider feststellen, dass diese Embolisation für den Patienten nicht geeignet ist, weil wir dort gar nicht mit dem Katheter einfach zum Ziel kommen können. Und hier ein weiteres Beispiel. Ein Patient, der sich eben vorgestellt hat, mit deutlicher Beschwerden beim Wasserlassen. Und in der Voruntersuchung zeigte sich eben im MNT der Prostata ein auffälliger Bezirk. Dieser Bezirk wurde dann von den Kollegen der Urologie mittels eines speziellen Ultraschallgerätes eben biopsiert. Und es zeigte sich, dass hier ein Prostata-Krebs letztendlich für die Beschwerden verantwortlich war. Ich hatte eingangs schon erwähnt, für die Behandlung von Tumoren ist dieses Verfahren gänzlich ungeeignet. Dann muss man eben eine andere Therapieform der Prostata wählen. Die Vorteile der Embolisation liegen auf der Hand. Die Rate an relevanten Blutungen ist verschwindend gering. Man berichtet keine erhöhten Raten an Impotenzen, keine retrograde Ejakulation. Das ganze Verfahren ist nur mit einer örtlichen Betäubung durchführbar. Die OP-typischen Risiken, wie zum Beispiel die Ausbildung von Harnröhren, Verengungen kennt man bei der Prostata-Embolisation nicht. Und ein großer Vorteil, eine Operation kann weiterhin durchgeführt werden. Die Nachteile möchte ich Ihnen allerdings nicht verschweigen. Dieses Verfahren ist nicht bei allen Patienten erfolgreich durchführbar. Zum Beispiel bei verengten Gefäßen oder bei verschlossenen Gefäßen kommt man nicht zum Ziel. Es ist definitiv keine Akuttherapie. Ich hatte Ihnen gesagt, beim akuten Harnverhalt brauchen Sie einen Katheter, aber einen Harnblasenkatheter und nicht einen Gefäßkatheter. Man wird Röntgenstrahlen ausgesetzt, was einfach auch jüngere Patienten wissen müssen. Es kann sein, dass trotz aller Vorsicht diese Partikel auch über Umgehungskreisläufe verschleppt werden, an andere Stellen, zum Beispiel auch eine Verschleppung in den Darm ist möglich. Und dass die Operation später durchaus erforderlich sein wird, weil vielleicht das Ergebnis nur für zwei oder drei Jahre anhält. Hier sehen Sie so ein Beispiel einer Fehlimbolisation. Da ist es über Umgehungskreisläufe zur Verschleppung von Kügelchen in die Darmgefäße gekommen. Und der Patient setzte gut 14 Tage lang doch schleimig-blutige Stühle ab, hatte auch etwas erhöhte Temperatur. Aber nach gut 14 Tagen hatte sich das auch wieder glücklicherweise begeben. Wie sind die Langzeitergebnisse? Nun, es gibt Studien, die mittlerweile über 600 Patienten umfassen. Und in diesen Studien zeigen sich also Zufriedenheitsraten von ungefähr 80 Prozent nach fünf Jahren. Das Verfahren ist also gar nicht so schlecht über diesen Zeitraum. Und das zeigt sich bei allen Patientengruppen. Also zum Beispiel auch bei Patienten, die eben Hochrisikopatienten darstellen, die sonst einer Operation gar nicht mehr zugeführt werden konnten. Auch die zeigen letztendlich so eine gute Ansprechrate von knapp 80 Prozent. Oder eben auch bei Patienten, die eine sehr, sehr große Prostate aufweisen, was zumindest früher für die Operation doch eine Herausforderung darstellt. Vielen Dank. Von den medikamentösen Therapien ist ausschließlich der 5-Alpha-Reduktase-Hemmer, also das Medikament, was die Prostate auch wirklich verkleinern kann, geeignet, langzeitig eine Operation zu verhindern. Unter Umständen lebenslang eine Operation zu verhindern. Wenn man operiert, bleiben etwa 90 Prozent der Patienten dauerhaft beschwerdefrei. Das heißt, sie können etwa 90 Prozent der Patienten auch zehn Jahre nach einer Operation mit einem ordentlichen Harnstrahl Wasser lassen können. Zwei bis fünf Prozent der Patienten können Engstellen entwickeln, in der Harnröhre, am Blasenhals oder im Schließmuskelbereich, die dann eine Nachoperation brauchen. Ganz wenige Patienten nur werden inkontinent. Das heißt, sie können den Urin nicht halten. Blutungskomplikationen sind extrem selten geworden. Also die Ursachen der Prostatavergrößerung sind nicht vollständig verstanden. Wir wissen, dass das Prostata-Wachstum etwas zu tun hat mit den Steroid-Hormonen, also Testosteron auf der einen Seite, Östrogen auf der anderen Seite. Die Prostata ist eine Drüse, hat drüsige Strukturen, die möglicherweise unter Testosteroneinfluss anfangen zu wachsen. Die muskulären Strukturen, die also der Drüse erlauben, ihr Sekret auszupressen, auszuspülen, die wachsen möglicherweise unter Östrogen im Einfluss. Nach einer Ausschälung der Prostata, einer transurtralen Resektion, bleiben die Patienten etwa vier bis fünf Tage im Krankenhaus. Nach einer offenen Operation über einen Bauchschnitt, was wir bei sehr großen Drüsen immer noch durchführen, bleiben die Patienten etwa eine Woche im Krankenhaus. Nach einer Prostata-Arterien-Embolisation entlassen wir etwa am dritten Tag nach dem Eingriff. Man muss davon ausgehen, dass Wunden innerhalb der Prostata aufgrund der Tatsache, dass diese Wunden ständig mit Urin im Kontakt sind, mehrere Wochen brauchen, bis sie vollständig abgeheilt sind. Die Patienten sind in der Regel nach zwei bis drei Wochen weitgehend beschwerdefrei, voll belastbar, erst wieder nach etwa sechs Wochen. So lange sollte man zum Beispiel auch kein Fahrrad fahren und keinen Saunabesuch vornehmen. Bei der Prostata-Arterien-Embolisation geht das alles etwas schneller. Hier wird ja keine Wunde in der Prostata hinterlassen, sondern nur minder durchblutetes Gewebe. Die meisten Patienten mit Prostata-Beschwerden sind bereits in der Behandlung durch einen niedergelassenen Urologen. Wenn es um eine Operation geht, ist der niedergelassene Urologe in der Regel sehr zuverlässig in der Lage, den Patienten zur richtigen Operation zuzuweisen. Wenn es um eine Prostata-Arterien-Embolisation geht, dann bitten wir darum, dass der Patient sich in unserer Spezial-Sprechstunde vorstellt, damit wir die entsprechende Diagnostik einleiten können, schauen, ob der Patient wirklich für das Verfahren geeignet ist und dann die weiteren Termine planen. Das wissen wir nicht genau. Die Prostata-Vergrößerung ist etwas, das im Prinzip jeden Mann ereilt, in unterschiedlichem Ausmaß. Das Beeinflussen des Prostata-Wachstums ist sehr schwierig. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt Medikamente, die die Prostata schrumpfen lassen, aber grundsätzlich verhindern können sie es nicht.